Ich weiß, es sind nicht immer auf die Schippen. Ich weiß, es gibt noch ganz viele Tüten, die befüllen werden, so keine Hosen, die euch noch besser zum Tragen haben. Tschüss! Sorry, es tut mir leid. Also, es geht ja wieder bei einer Mütze, wir werden wieder eingeladen. Eventuell machen wir daraus noch eine zweite Aktion. Könnt ihr die zum Beispiel, man könnte die zum Beispiel wieder anders haben. Und was habt ihr jetzt? 300 Euro, pass auf! Oh, das ist so gross! Es geht ja auch von deinem Bett! Oh, das geht ja. Ja, das geht ja. Oder, das sollte der oder der oder der oder. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Vielen Dank.